Liebe Zuschauer von KTV, live für Sie am Sonntag, dem 7. März um 9.30 Uhr, ein Pontifikalamt mit Bischof Stefan Oster aus dem Hohen Dom zu Passau. Seien Sie dabei, live am dritten Fastensonntag mit der Missa Atree von Johann Wenzel Kalivoda. Schalten Sie ein. Sonntag, 7. März um 9.30 Uhr. Untertitelung des ZDF, 2020